Der Deniz hat ein neues Auto gekauft. Ja mal. Nee, dich hört man nicht, Deniz. Naja, so ein Pech, ne? Wenn du redest, könnte ich ja auch reden, dann hört man das trotzdem. Okay, also alle Power-Ups benutzen, der Deniz möchte mit einer Minute verlieren. Engel nicht! Ey, dieser Autoverkehr, ey. Ich denke, das haben sie so reduziert, ey, ich war jetzt hier schon in das fünfte Auto rein in der Kurve. Warum fahren hier so viele Autos auf einmal rum, bitte? Was hat er sonst hier so? Boah, das ist ein paar Kerl. Na, hab ich doch heute gesagt. Nur Autos hier. Ich denke, das sollte gefixt worden sein. Aber das ist auch sehr streckig, einfach nur so viel Autoverkehr. Ich komme ja nicht mehr hinterher, man. Ey, schon wieder drei Autos hier in der Kurve-Mitte. Die Autos hier in der Kurve-Mitte. Ja, das ist ein paar Mal. Die Autos hier in der Kurve-Mitte. Die Autos hier in der Kurve-Mitte. Die Autos hier in der Kurve. Da geht es schon wieder. Ey, das ist ja mal richtig schlimm. Also, der Verkehr ist zu kotzen. Die Autos. Jetzt ha ne raus. Anstatt die sich verteilen über das ganze Strecken-Ding hier, ey. Das waren die immer an dem Puls.